Busunfall bei Forster Autobahnauffahrtstraße zeitweise gespät. Eine große Aufgeburt von Rettungskräften war am Montagnachmittag im Einsatz. Ein Bus und ein Kleintransporter sind bei der Forster Autobahnauffahrt zusammengestoßen. Ein Bus ist bei Forster in einem kreuzigen Bereich mit einem Kleintransporter korridierte. Gegen 13.30 Uhr wurde der Verkehrsunfall auf der Landesstraße 556 gemeldet. So die Mitteilung weiter. Sowohl der Bus als auch der Kleintransporter waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Fahrgäste des Linienbusses wurde ein Ersatz organisiert.